Also noch mal zusammengefasst. Wir können heute sagen, Innendämmungen sind keine gefährlichen Dämmungen mehr, die Baufehler produzieren, wenn ich die richtigen Baustoffe wähle, wenn ich die richtigen Systeme habe. Einige Praxisbilder von der Innendämmung. Das ist zum Beispiel ein Innendämmsystem, was entwickelt wurde, ein UDI-In. Das heißt, das ist also das, was in Götelnbrück eingesetzt wurde, wird hier in Lehm eingeschwemmt, um die Kapillarität so gut wie es geht aufrecht zu erhalten. Die Konstruktionen können sehr vielseitig sein, auf Ziegelmauerwerk oder im Fachwerkbereich. In der Praxis sieht es dann einfach so aus, dass hier also bereits mit entsprechenden Maschinen Lehm aufgetragen wird oder Putz aufgetragen wird, je nachdem, wo die Platte eingeschwemmt wird. Hier sieht es hier, das ist also das UDI-In-System in der Sanierung. In der Denkmalpflege, außen darf nichts gemacht werden, Rundbögen oder dergleichen. Alles kein Problem. Verarbeitung relativ unkompliziert. Das neue System UDI-Reco in der Verarbeitung als Außendämmung, als Innendämmung. Bei dieser UDI-Reco haben wir einen besonderen Vorteil. Das heißt hier, diese Übergänge hier, in diesen Bereichen hier, diese Übergänge, das ist das Entscheidende, auch bei der Außendämmung hier, ist immer vormflüssig. Dasselbe würde bei der Innendämmung passieren, wenn ich mit diesen Systemen arbeite. Dann haben wir das UDI-In-Reco-System, also genauso wie außen. Ein Ziel dieser Entwicklungen von Systemen war, möglichst eine geringe Vielfalt von Elementen. Damit werden Verwechslungsfehler ausgeschlossen. Ich kann also diese Platte außen sowohl als auch innen einsetzen. Die Frage wäre, wenn jetzt zum Beispiel bei dem Außensystem die Platte beregnet würde, würde da etwas passieren? Mit dem Kenntnisstand heute, wenn das nicht unter Wasser steht und wenn der Regen, ich sag mal, nicht über ein halbes Jahr geht und die Platte mal nass wird, die trocknen ganz schnell wieder ab. Natürlich sollte ich jetzt hier schützen, diesen Teil. Das ist wieder Praxis. Wir sehen hier das Anbringen der Platte und auch wieder diese Formschlüssigkeit in diesem Bereich. Das Dübelbild, Leitungen, Steckdosen werden eingefräst. Alles unkompliziert. Wir sehen hier das Problem der Holzbalkenköpfe. Das heißt also praktisch, wichtig ist es eben, dass es ein Praxisteil, der auch gesondert geschult wird, wie nur die praktische Seite, dass hier diese Anschlüsse richtig gut ausgestöpft werden. Dass ich also die Formschlüssigkeit habe. Also schon alleine die Problematik Holzbalkenköpfe. Liegt der Holzbalken auf einer Dachbappe? Ist der eingemauert nur? Das spielt ja alles eine Rolle hier. Um sicher zu gehen, dass es also nicht zu Holzfäulnis kommt, zu Holzschäden hier. Natürlich haben wir auch eine Geschichte. Das ist das Systemdenken. Sicherheit in der Befestigung. Ich meine, bei Innendämmungen ist es weniger kritisch. Aber bei Außendämmungen, Windzugkräfte zu kompensieren, entstehende Bewegungen, das sowohl für Innen- als auch für Außendämmungen gilt, in der Konstruktion, in dem Dämmsystem zu kompensieren. Das heißt, Bewegungen aufnehmen zu können, ohne dass es also zu Verwerfungen führt, Setzungen. Wir alle wissen, Holzrahmenbau, Holzbau, Fachwerk arbeitet. Das ist nicht ruhig. Und es sieht gut schön aus, wenn die Fassade reißt, angenommen. So, keine Verwerfungen in der Sichtfläche. Also die Verwerfungsfreiheit auch ein wesentlicher Gesichtspunkt. Oder die Farbtiefe. Wir haben also zum Beispiel bei diesen Systemen, so sind die optimiert. Keine Hellbezugswertbegrenzung. Wir könnten die Fassaden, wenn wir es außen machen würden, schwarz machen, würde das System verkraften. Dazu wurde eben bloß mal ein Abschweif, ein spezieller Dübel entwickelt, der an den Seiten Krallen hat. Dieser Dübel hat die Aufgabe, das System verstellbar zu machen. Wir werden es gleich sehen. Das heißt also, bei diesem speziellen System, diesem Rego- und UDI-In-Regosystem, habe ich die Möglichkeit, gewisse Unebenheiten auszugleichen. Das kann ich mit dem Laser machen, das kann ich mit der Schlagsschnur machen. Der Dübel wird eingeschraubt, es wird leicht verdichtet hier. Hier wird der Dübel so lange geschraubt, bis der Dübelkopf plan zur Platte liegt. Dann wird die wieder zurückgenommen, wird wieder entspannt. Damit prüft der Dübel und die Schraube den Formschluss im Stein. Sollte der Stein es nicht hergeben oder irgendetwas schiefgelaufen sein, dann schnappt praktisch der Dübel wieder zurück. Das heißt, es ist das einzigste System zur Zeit am Markt, was sich selbst prüft. Und wir alle wissen, die Gewinngeschwindigkeit zum Beispiel bei Außendämmungen werden wesentlich höher. Die Sogkräfte nagen und das ist nicht zu unterschätzen. Das heißt, jeder einzelne Dübel prüft sich selbst beim Befestigen. Wenn er nicht passt, springt er zurück. Also wir machen nicht mal einen Dübel-Auszug-Versuch, sondern wir prüfen am Bau direkt dort, wo geschraubt wird. Also kein momentaner Augenblick. Und das Ganze sieht dargestellt so aus. Wir haben hier den Ziegelstein. Es wird geschraubt, wird gebohrt. Der Dübel wird eingeschlagen. Und wir sehen hier in diesem Bereich nähert sich der Kopf der Platte. Er schraubt weiter. Die Platte wird verdichtet. Wird verdichtet. Das heißt, hier wird jetzt der Kraftschluss praktisch geprüft. Die Krallen greifen ein über der Schraube. Hier vergreift sich diese Kralle und macht das System in gewissen Grenzen verstellbar. Das hier ist der Laserstrahl. Und ich kann also dann praktisch in gewissen Grenzen dieses System einstellen. Noch mal als Durchlauf, dass man das noch mal sieht. Das ist Sicherheit. Das sind Systemlösungen. Sowohl in der Befestigung als auch in der bauphysikalischen Funktionalität. Und das Entscheidende ist, bei diesen ganzen Systemen, dass hier nicht entwickelt wurde und dann wiederentwickelt, sondern es wurde geforscht, entwickelt, umgesetzt. Es wurde lediglich noch verbessert. Aber nicht so, weil es nicht funktioniert hat, machen wir was anderes. Das ist jetzt diealyben Gerizin. Vielen Dank.